da muss ja in der lösung sein irgendwas habe ich übersehen fragst du bist was wir fahren weiter zurück hoffen dass wir noch was finden jetzt haben wir hier kurz mal die biete rein sehen ob wir immer das gleiche sehen also das ist ein weg ok ich bin jetzt gerade wenn ich mich porte ist dann der raum wieder weg von da müsste eigentlich nach ich porte den ganzen raum ja rein theoretisch seiner überlegung wert vielleicht kann ich ja was nur erreichen wenn ich den raum porte und nachher zurückkomme benau möglichkeit da hat es diesen blöden kristall die würde ich sagen zu stimmen auch mal ich suche irgendetwas ich suche irgendetwas erwische was uns weiter bringt da haben wir auch was aktiviert ob es jetzt nichts gebracht hat hinter oben mal kurz schauen wohin geht es hier halt ich möchte mal zuerst hier durch ich möchte zuerst sehen wo wir hier durch kommen ah schon wieder falsch jetzt kommen wir auch hier vorn durch kann ich das weg schießen anscheinend nicht ok dann komme ich zurück wieder im Moment haben wir nur geschafft diese kristalle zu zerstören aber die haben uns nichts ich habe jetzt überhaupt nicht wirklich was gebracht ich bin jetzt mal kurz in die werkstatt rein da können wir mit dem typen mal kurz reden und ob wir hier noch was machen können ob wir jetzt wieder hoch fahren können vielleicht ich kann gar nicht mehr aussteigen weil wir die tür sonst eingeklemmt haben so aber wir hatten hier oben einige notizen gefunden jetzt schauen wir mal kurz irgendwie ob da irgendwelche nummer versehen sind dass das der schlüssel vom ganzen hier versteckt gewesen wäre ich hätte es vielleicht nicht gesehen hier war eine bitte ändert zur sicherung des kellers den code für den farlays schloss es sollte hierfür reichen ihre adresse rückwärts zu schreiben ja adresse finden wir irgendwo die adresse von cw adresse kurz notieren adresse cw rückwärts das habe ich gar nicht gesehen von grüßen chancen ok abspringen kuppel blockierer aktivieren kuppel blockierer aktivieren ähm naja hat mich schon ich habe hier auch keine oder Okay, okay, jetzt funktioniert es. Ich kann es wieder rausnehmen, oder? Ich kann hier ja nichts machen, oder? Nein, ich kann hier nichts machen. Die sind alle schon drin. Also hier geht eigentlich gar nichts mehr. Ich kann nicht verpassen, was diese Maschine überhaupt ist. Moment, was ist das hier? Ähm, what? Moment mal. Wie ist hier diese Schiene eigentlich, ganz ehrlich gesagt? Weil die Schiene offensichtlich zeigt sie an, dass wir rüber könnten. Was wir nicht können. Jetzt mal die sitzen hier. Habe ich das? Warte mal. Oh ne, Bildwandelanforderung des Bürgermeisters, okay. Wir haben hier nirgends. Die Festlegung der Rad findet auch bei Zielsphäre an der selben Position statt. Wenn kein Zuordnungsarmen die Tauschposition im Ziel festlegt, entspälen die Konten der Antenne. Okay, das sind diese Dinger. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, weil hier drüben konnte ich ja nichts machen. Ich konnte ja eigentlich, ich habe das Wasser hinzugefügt. Hier komme ich hier über, weil die Gleise hier fehlen. Gibt es hier die Möglichkeit, dass das zerstört worden. Mit dem Kran könnte man es eventuell beheben, nur der Kran bringt mir nichts. Das ist schon gut so. Das soll ja Wasser bekommen, der Baum. Zumindest glaube ich, dass es gut ist. Hm. Zumindest glaube ich das. Das nehmen. Ähm. Hier sind wie Verbindungsstücke für einen Schlauch. Woher soll ich einen Schlauch nehmen? Hier haben wir einen Stecker. Den kann ich gar nicht so weit bewegen. Ich habe keine Ahnung, was die Maschine hier macht. Das ist ein riesen Ding. Und ich kann ein einziges Gerät da rein stöpseln. Der wurde hier manipuliert, dass man nicht hoch kann. Man kann nur runter drücken. Ja gut, dann gibt es hier nichts mehr, ne? Dann muss ich das Gleise noch zum Ende fahren jetzt und schauen, wohin ich da sonst noch komme. Nein. Warte, ich sehe jetzt ein Typ zuerst. Genau. Im Bunker hat er unsere neue Information. Kling kling. Ich bin gespannt. Wir brauchen keine Ahnung. Ich bin sehr glücklich. Und warte. Wir brauchen deine Hilfe. But this will be complicated, especially for a new arrival like yourself. Alright, that tree, the really big strange one in the middle, well, it's a central piece It's connected to everything, the cell wall, the dome, them seeds, the root beneath it, all of it, it's, it's one and the same, one connected, isn't, sounds like a load of buddhist malarkey, Farley would bust hearing me spat on this. Yeah, I really don't get it. Regardless of what it sounds like, we need all of it to be, well, healthy, all of it. Shoot, I'll spell it out for you. You gotta get down below the tree to the heart and connect it all back up. Oh, yeah, there's a cable up next to my big battery out there. If you haven't already, can you plug it in for me? It's one less thing for me. It's not the best time to be explaining this stuff. Oh, now, where's the GSM? Ahm. Ich muss nur, also, das Kabel, bloß eine Batterie. Vielleicht ist das da oben sogar, wo ich verwunden habe. Ja, also ich muss, ich schau kurz, ob ich das übersehen habe, also ich soll zum Herzen des Baumes gehen, das Problem, wir wissen, es sind Wurzeln, ich muss kurz schauen, wenn ich den Zug hier durchfahre, dann habe ich ja das Cockpit in diese Richtung. Gut, vielleicht kann ich diese Miene aufmachen da, das können wir testen, ob wir dadurch weiterkommen, so rein, schauen wir mal, ob wir die Miene aufschießen können. So, äh, hallo? Weil das würde noch Sinn ergeben. So, etwas, was wir jetzt erreichen könnten. Ich bin gespannt. So, machen wir uns jetzt mal den blöden, Dings da vorne platt. Wirklich, die Bombe. Und? Nein. Ja, na, was ist denn jetzt los, wo komme ich denn jetzt hin, ich komme nicht weiter. Ähm, aussteigen. Da kann ich ja kurz mal diese Miene nochmal anschauen, da vorne. Jetzt komme ich ja rüber, weil hier zu ist. Habe ich da irgendwas irgendwie verpeilt oder vergesst oder übersehen? Dacji, da bin ich da. Untertitelung des ZDF, 2020